Ch charged pf aux an bis dahin der einleituma das ist diese drei weiter fertig du Die neue Map ist scheiße, lass ne neue Map nehmen. Fick dich! Ich rege jetzt schon dein Leben mehr. Das ist wie Kino hier oben. Jetzt wird erstmal Holz abgehackt. Sehe ich auch so. Scheiße, ja natürlich. Ja natürlich. Wie gesagt, ich bin voll der Noob in Einladung. Ja dann lass sie doch einfach... Das hast du immer andere machen lassen. Weg da mit dir! Ey! Das fängt ja gut an. Gib mir mein Holz wieder! Ey, das kenn ich. Das war ne alten Season aus. Hier weg, das ist mein Baum. What the fuck? Ich bin erst aus dem Dschungel rausgerannt. Ach, hier ist noch gar keine Musik. Erst am Abend, wa? Ja, die kommt einfach irgendwann. Alter, klaut ihm einfach das Holz unter den Füßen weg. Unfassbar, der Junge. Ja, das ist total langweilig. Sag mal was hier, das ist keine Musik. Das ist total langweilig. Wir sind permanent am Labern, du Vogel. Sag doch, ey. Hat der irgendjemand hier ne Craftingbox? Ja, mach dir das selber ein. Boah, Master, du leckst, Alter, what the fuck. Warum leckst du? Master leckst du? Ich hab aber nichts. Er hat gerade, als er gerade gesprochen hat... Oh, hier ist ne Craftingbox. Meine. Ne, vergiss das. Ja, ist die da! Du Arsch! Meine! Das ist das Problem der Season, wo seid ihr? Ja. Ähm, da hinten ist gleich diese verweckte Gegend. Siehst du? Oh, da, Free High City. Guck mal nach rechts. In dem Jungle. Hier. Hinter dir ist ein Schleimer. Ey, jetzt zeig... Oh mein Gott. Zeig erstmal deinen Skin, damit man schön alle sehen, wen du nachmachst. Ja, den Link kennt ja jeder, den Link-Skin. Ja, aber sollen alle mal bitte in die Kommentare schreiben, wen der nachmacht. Total. Ich wüsste das selber nicht, man. Nicht jeder guckt solche Typen. Solche Typen. Ja, macht Zelda nach. Total, ja. Ich mach Link nach. Er macht Zelda nach, Master. Alter, du hast erstmal alle... Christelle, wo bist du? Wo kann ich mir ne Workbox... Alle Legend of Zelda-Fans veragern. Was? Ach Quatsch. Setz mal einen hin. Hab ich? Hab da? Hab ich? So, jetzt kann ich mir wenigst ein paar... Uups. Ey, hier hinten ist normale Gegend. Normal legst erstmal weg. Christelle, kommst du mit? Wohin? Nach da. Ich hab genug Holz. Acht Stück. Ach, ach. Hauptsache erstmal weg. Acht Stück? Wow. Ey! Master hat genug Holz. Da verschlage ich dich jetzt. Nee! Renn, du Sau! Ah! Ich hab noch keine Waffe, das ist unfair. Nein, ich lauf euch hinterher. Free Juice. Und Spaß, das ist besser als Kino. Natürlich. Das ist Season 3. Warte mal, ich mach nochmal ein bisschen... Season 3, es gibt Season 3. Meine. Meine. Das schlag ich nicht jetzt. Ah, herhaft damit! Er ist voller Blob. Oh mein, du Blob. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist Season... Das ist Season... Das ist Season... Das ist schon die Season 3 von MikeDorf. Kennst du doch. Die erste haben wir... Die erste haben wir gespielt. Die zweite haben wir abgebrochen mitten durch. Und äh... Das ist jetzt die dritte. Durch. Nein, mein Gott ist kaputt. Oh, du bist so ein Schlau-Kopf, ey. Hühnchen! Jetzt war ohne Spaß. Ich glaub ich war nicht dabei. Ja. Boah, du warst dabei. Ganz viele Hühnchen. Hühnchen! Alles meine Hühnchen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Frag ich mich auch. Also ähm... Also... Also... Folgt mal erstmal mir der Schnecke. Ich hab ein Gebiet gefunden, wo es normal ist. Ich würd sagen, keine... Kein... Kein Sumpt. Ich mach Sumpt. Ja, da hinten ist ein normales Gebiet. Wo seid ihr? Boah. Mies. Ich sollte meine Ränder... So blöd, ne? Aber hör auf damit! Ich hab die ganze Zeit Holz mit einer Spitzhacke abgebaut und nicht mehr anzt. Ich bin gleich tot. So, macht mal eins. Hier ist ne Höhle. In die Höhle. Ich bräuchte erstmal... Oh, da ist das Eisen. Da ist Eisen! Scheiße! Das ist Eisen! Ich klappe das natürlich direkt raus. Das ist Eisen. Zwei Attack Damage? Ja, jetzt brauch ich natürlich auch ne... Ach mein Gott, ich bin so dämlich. Ey, wir brauchen... Lol, kann man das nicht mit... Ich brauch erst ne Steinspitze. Hat da eigentlich einer von euch schon 1.6 gespielt? Nö. Was willst du wissen? Was willst du nur wissen? Äh... Keine Ahnung, wie funktioniert das mit den Pferden? Wo seid denn ihr? Haha... Das ist mit dem Pferd, das ist das einzige, was wir noch nicht rausgefunden haben. Das ist MEINE Eisen! Das finde ich! Nein! Ich ist ja auch in der Workbench. WTF, was habt ihr gemacht hier? Ja, hab ich da hingestellt. Ich hab mir die zweite. Das ist MEINE Eisen! Ihr weg, ich hab's gefunden! Ich hab keinen Steinspitze an können. Du hast mir mit dem Cubblestone geklaut, das ist total wertvoll. Ey, wisst ihr... Ja. Weißt du, wie du dir total viele Kommentare-Geflame ersparen kannst, Dark? PIZZMIT ISS SCHEISSE! Ach ne, ersparen, okay. Nein. Sag einem... Dark, PIZZMIT ISS NICH SCHEISSE! Du hast mir die Gefühle verletzt. Nein, das hab ich auch nie gesagt. Das ist ne Lüge. Das ist völliger Blödsinn. Das ist jetzt Quatsch. Nein, wenn du einfach sagst, warum du kein Texture Pack drauf hast. Das ist jetzt Quatsch. Warum ich kein Texture Pack drauf habe? Genau. Weil Texture Pack Krämpfer sind. Oh, fuck. Mehr Gründe hat es nicht. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ich gleich auch nicht mehr. Ich brauche Fleisch. Ich brauche Fleisch. Ich brauche Fleisch. Leck der Server bei euch gefühlt auch? Nein. Aber ich kann wieder sprinten und ich bin auch am Tempel. Wo gehen wir jetzt eigentlich? Free, geh weg. Geh weg. Oh nein. Der kann sprinten, das ist unfair. Kommt ihr zu mir oder? Nö, wir haben hier ein Tempel gefunden. Ich lass die Leute vorlaufen, damit die sterben. Ah, hier ist die Falle. Alles da, ich bleib dann erstmal hier und sammle Essen. Ah, da ist die nächste Falle. Oh, fuck. Hier sind nur Knochen drin. Also, ich hab Eisen. Aber du hast ja die andere Truhe geklindert. Ja, normal. Oh, ich hab kein... Scheiße, scheiße, scheiße. Was los? Ich brauche was zu essen. Tja, scheiße. Ja, ich hab ganz viel Essen. Ja, wir wollten ja eh zusammenbauen was drin. War nix drin. Ja. Ihr habt den Tempel ohne mich geklärt, ihr Schweine. Du hast ja auch nix verdient. Wir sind Tempel nicht so spektakulär, wie sie sein sollten. Ja, ich hab fünf Eisen und Knochen. Fünf Eisen. Fünf Eisen. Das Teller dürfte eigentlich gerne hier mitspielen. What the fuck, warum? Weil du keinen... Du weißt schon hast. Deine Mutter hat keinen du weißt. Der hat doch einen, der hat sich legitim. Ja. Von dem Idioten. Komm Free, ich lauf jetzt mit dir mit. Wir bauen jetzt so. Pferde. Ich hab die vorhin getötet. Was? Nein, der hat nicht. Tötet, die will ich töten. Ja. What? Free, noch da? Nee, fließe ich gar nicht. Ja, kein Moment. Fail. Leder. Ich glaube, man hört meine Leertasse, wenn ich die ganze Zeit spame. Ja, dann hört man auch damit. Nein, kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Ich hab meine, äh, nichts. Das ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Das ist jetzt Quatsch. Guck mal, jetzt ist es ein wenig Sound. Ey, Master, zurück. Hier wechseln Menschen rein. Nee. Nee. War hier zuerst. Master, wo bist du denn? Ich bin bei Dark und See. Neeee! Ich weiß weder wo Dark ist, noch wo ich bin. Ja, dann... Lass uns mal weg. Lass mal bei den Koordinaten... 100... Minus 170, 40. Ey, komm du mal, komm du mal. Minus 170, 40. Hi Free. Komm du zu Minus 177, 126. Ich, äh, grad hier... Was? Minus 177? Ja, hier bin ich doch. Geradeaus gucken. Beim See. Geradeaus. Das andere geradeaus. Free, wollen wir langsam mal was spawnen? Oder würdest du die ganze Zeit um diesen dreckigen Pferd rumlaufen? Warte, da ist noch so ein Schwein. Fri, jetzt hab ich keine Lust zu bauen. Der ist die ganze Zeit nur auf K. Ich komm zu euch. Am Arsch. Nee, geh weg. Ich komm zu euch. Oh alleine. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Oh, weiße Pferde. Weiß ich nicht. Erstmal irgendwie... Wollen wir hier erstmal so ein bisschen? Ja, würd ich sagen, oder? Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... 10 noch. Free, lass hier unser... Unser Haus bauen. Hast du was? Bauen zusammen? Ja, ich hab schon Glück. Oh nie. Christelle hat mich ja verlassen. Wie? Ich hab dich verlassen. Ja, hast du. Womit? Ja, du willst dich nur mit ihm bauen. Nee, ich will... Ich hab doch gesagt, dass ich mit Master baue. Siehst du? Du hast mich verlassen. Ja, wir haben in der ersten Season zusammengebaut. Na und? Wer sind hier? Wir haben in der ersten Season zusammengebaut. Ich hab genug. Äh, ja, aber danach haben Dark und ich unser Iglu gebaut. Also, ich hab mein Iglu gebaut. Das war aber nicht... War das Season 1? War das Season 1? War das Season 1? What the fuck? Ja, das war Season 1. Ja, 2 war doch so kurz, wo... Wo ich so rumgeraged hab. Da ist ja das Season unnimmig gespürt. Normal. Warst du doch auch dabei, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Free, wir sollten bauen, ne? Weil gleich wird nämlich dunkel. Ich hab kein Holz. Ich hab kaum Holz. Äh, Master, ich baue uns hier mal so ne kleine Fütte rüber, ja? Jo. Ich sammle Rosenbächer. Wir machen das jetzt mit einem resorischen Haus. Einfach nur, damit wir nicht sterben. Huch. Jetzt kommt die extremen Baukünste auf Doom. Soviel zu, du hast kein Holz. Ich hab kaum Holz, glaub ich, gesagt. So, okay. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein! 2 oder 1? Hinterdessen Zombie. Also, wo das für heute gehen. Vielleicht, ähm. Ja. Hi Zombie. Hast du noch ein bisschen Holz für ne Tür? Hätte ich ja. Ich würde das mit dem Zombie töten. Stimmt, wir brauchen noch ein Tür. Das ist Quatsch. Ja, das ist ja totaler Blödsinn. Oh, Fleisch. Geh schon mal rein. So. Hast du ne Workback? Ein. Ne, du wartest jetzt wieder die Workback schon. Scheiße. Haben wir noch irgendwas zum Bauen? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Geh mal in den Baum fällen. So, von draußen muss man die reinsetzen, ne? Äh, ist egal. Ich glaub, die haben das... Ne, haben sie nicht. Von draußen. Das sind Zombies. Da ist ein Baum. Ihr müsst echt aufpassen, ne? Die Zombies machen echt krass viel Schaden und sterben nicht. Also nicht wirklich schnell. Doch, mit 3 Schlägen hab ich die getötet. Ja, aber die sind erstens schneller. Jetzt gibt's diese kleinen Baby-Zombies. Die sind so richtig am Auslaufen. Wohoho, wie geil! Verhungert, man. Baby-Zombies? Ja, verhungert. Ja, das sind so ne kleinen. Willst du mir ein bisschen Holz geben für Pilzsuppen? Ja, 8 Holz hätt ich noch. Hä? Ja, 3 Stück reichen. Alter! Da sind 4 Zombies! Ach! Ach! Ich hab nichts mehr zum Bauen, Marcel. Ich hab... Rein, 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 rein! Ich werd... Da hast du schon eine Truhe hingelegt. Ich hab deine Pilzsuppe hingeschmissen. Ja, wir sind da oben, da oben! Schau mal alles in die... Ne, mein... Ich werd nicht behalten. Heilige Scheiße. Haben wir... Haben wir Kohle? Kohle, Kohle, Kohle! Äh... Hast du noch Holz? Äh... Hab ich für die Spitzhacke... Äh, für meinen Schwerpunktnutz. Pack mal da... Äh, deine Holze an. Dann haben wir wenigstens eine Kohle. Dann mach ich mir jetzt ein Holzschwert. Ich bin raus. Aber ich hab... Oh, Scheiße. Du sollst dein Rohholz da reinpacken. Äh... Okay. Also wir sollten ja echt nicht rausgehen. Oh, shit! Okay. So, wir sollten ja echt nicht rausgehen. Och, erstmal raus. Ja, äh... Ach so, okay. Einfach nur das Holz. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, ich hab gedacht Rohholz. Und dann... Rohholz ist halt... Solltest du nicht wagen, oder? Ach, du hast es auch vielleicht mal Rohholz. Ich hab ne Idee, wie wir die Season ein bisschen lustiger gestalten können. Oh, nein! Oh, oh, Gott! Nein! Ah! Machst du? Ah, Free! Warum gehst du da unten hin? Weil ich irgende... Ihr habt ja auch schon ein Haus gebaut. Ich glaube, ich sehe das Haus. Ja, Haus! Ja, oder... Ein... Was auch immer das sein soll. Ich bin hinter dir, Free. Ich brauch verdammt noch mal irgendwo... Ich hab mich voll nicht gesehen. Oh, Creeper. Creeper! Ich geh mal kurz Holz fahren. Oh, nein, nein. Geh ich nicht. Packt! Oh, da sind wir nicht ganz klar. Creeper. Ich steck dir im Rücken. Oh, ich dachte... Hinter dir, oh mein Gott, hinter dir ist ein Zombie. Vorsicht, Free. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Ich geh mal, äh, Cola suchen. Ah, Cola, Cola. Geh mal einen nach links, dann kann ich mitmachen. Da ist noch ein Zombie. Aber ich brauch Holz gleich wieder. Mein Holz ist gleich kaputt. Ich geh zwei, ich geh jetzt frei nach... Wenn wir mehr Essen haben. Lass mal Creeper zu den Locken! Lass mal nicht! Lass mal nicht! Lass mal nicht! Warum gibt's so viele von den kackbraunen Pilzen, aber so viele von den anderen? Warum gibt's da weiße Pferde? Oh, hier ist ein Zombie mit dem Holzblock. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Ich hab's da nicht so viele von den Facken und drehte sich mal in den Raum. Äh, ich brauch mal eben ne Focke. Holzblock! Ich hab sogar ne Holzblock. Ja. Ähm, ähm, ähm. Manch wir brauchen wirklich einste Chats, damit ich mit früh reden kann. Ist so. Ihr wollt irgendwas klauen? Neiiiin! Die sind wir aus der Nähe im Haus. Nein! Schneekin! 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 Noch, noch nichts! Noch nichts! Noch nichts! Kommt doch erstmal los! Hallo! Hallo! Ey, Leute. Free, du bist vergiftet. Leute, Leute. Das ist eine Spende. What the fuck? Oh, ja. Leute, komm schnell jetzt dahin! Oh, Leute, du hast dich rausgebaut hier. Ey, Toi. Verpisst euch von unserer Workbench. Free, beeilung! Da kommt ein Zombie hinter dir! Juhuuu! Back da! Nein! Das ist ein Zombie. Alter, du schlau meinst. Ich hab die Workbench euch ganz... Aua! Hör auf damit! Alter! Alter! Hör auf damit, Free! Äh, Crazy! Free! Free! Ich brauche Holz. Verdammt, Scheiß! Komm jetzt rein! Ja, ich brauche Holz! Äh, Free! Ich sehe ziemlich schlecht aus, muss ich sagen. Save this! Du bist rein! Master, hör auf, dass er so ständig tut! Wir brauchen eine Scheiß-Türe! Da waren Creeper! Da waren Creeper! Ich renne mal lieber! Oh mein Gott, das ist ein Skelett! Nein, sag bloß! Du hast ja gar nicht gesagt, ich fühl mich ein bisschen schlecht hier hinten! Oh mein Gott, hier ist so ein komischer Zombie, der irgendwie voll mongohaft aussieht! Bin safe! Ganz schön, du bist safe! Danke, danke! So! Ich hab... Hast du schon Kohle gefunden, Master? Nein! Ich hab gehört, wir gehen jetzt gleich erstmal krass Holz sammeln! Auf jeden Fall, man! Wir brauchen auf jeden Fall noch ein... Hier, ich hab ein bisschen was gefuttern für dich! Hört sich raus! Ähm... Wollen wir nicht eine Wüste suchen? Wir haben irgendwie Lust, einen Sandstorm zu bauen! Oh mein Gott! Ja! Ja!